Servus, ich bin der Maxi von Gemsjäger.g und ich habe mich gefragt, was eigentlich beim Skifahren schief läuft. Wenn wir uns die Nachhaltigkeit anschauen, haben Ski ein großes Defizit. Man kann sie nicht recyceln und sie erzeugen auch Mikroplastik, wenn ich über Steine fahre. Was könnte die Lösung sein? 100% recycelbare Ski. Wie haben wir das umgesetzt? Also wir haben einfach verschiedene Holzfurniere aufeinander geleimt, biologisch abbaubarem Holzleim, dann die Oberfläche versiegelt mit Hartwachsöl und unten die Lauffläche ist einfach nur gewachst mit biologisch abbaubaren Skiwachsen. Zeitlich haben wir die Stahlkante angeschraubt und man sieht es ja auch hier ganz schön, der Ski besteht wirklich nur aus Holz und am Ende der Laufzeit kann ich die Stahlkante wieder abschrauben und den Ski schmeiße ich auf den Kompost oder verbrenne in dem Kachelofen. Und jetzt wünsche ich euch super viel Spaß beim Skifahren.